Ihr Mann hat später zu ihr gesagt, weißt du, Christina, und seitdem wir miteinander über solche Sachen reden, weiß ich endlich, was dich glücklich macht. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise? Machst eine Trennung durch? Oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück. Wie kannst du wieder mehr Feuer in eure Beziehung bringen? Heute sprechen wir über drei Schritte, die du nutzen kannst, um wieder mehr Feuer in deine Beziehung zu bringen. Seien wir mal ehrlich, jede Beziehung wird irgendwann auf den Prüfstand gestellt. Es gibt kleine Probleme, es gibt große Probleme. Das ist ja ganz normal. Aber manchmal werden aus den Kleinen größere Probleme und dann entstehen auch immer größere Krisen. Und dann steht man plötzlich vor der Frage, kann ich meine eigene Beziehung noch retten? Und die Antwort lautet ja. Und um dir einen Weg zu zeigen, wie du eine Beziehung retten kannst und wie du wieder mehr Feuer in eure Beziehung bringen kannst, sprechen wir heute über drei Schritte, die du vornehmen kannst. Ralf, hast du für unsere Zuhörerinnen mal ein cooles Beispiel, damit sie sich mit dieser Situation noch viel besser identifizieren können? Und natürlich ist es auch nochmal wichtig, aus deiner Perspektive zu erfahren, warum es so wichtig ist, über dieses Thema heute zu sprechen. Also, grundsätzlich ist es wichtig, darüber zu sprechen. Warum? Natürlich, weil es dir nicht gefällt, weil du damit selber nicht zufrieden bist, weil du in deiner Beziehung was anderes erleben möchtest, als das, wie es gerade ist. Und deswegen ist es so wichtig, weil, kennst du die Harvard-Studie? Es gibt eine Harvard-Studie. Das Verrückte ist, die läuft seit über 75 Jahren. 75 Jahre. Pass auf. Und es gibt Zwischenergebnisse. Und zwar, das erste Zwischenergebnis lautet und heißt, feste Beziehungen, Beziehungen zu anderen Menschen machen Menschen glücklich. Also es ist gefragt worden, was macht dich als Mensch glücklich? Und weit über 90 Prozent sagen, eine Beziehung. Also das Gefühl, das Wissen, dass da jemand anders ist, der mir nahe steht, das macht Menschen glücklich. Jetzt gucken wir auf die Corona-Zeit, was haben wir gemacht? Wir haben Menschen isoliert. Wir haben selbst die Menschen, die es am wichtigsten haben, die sonst gar keinen mehr haben, unsere alten Senioren zum Beispiel, die haben wir echt alleingelassen. Und wir wissen, was in Altenheimen passiert. Das heißt, da ist echt was dran. Wir wissen aber auch, das hat die Wissenschaft herausgefunden, dass wenn wir glücklich sind, wenn also Beziehungen uns glücklich machen, ist es gut für Körper und Geist. Das heißt, wir leben gesünder. Wir haben eine bessere Gesundheit. Und na klar, wir leben halt einfach auch länger. Also genau deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, weil wenn du eine glückliche Beziehung führst, eine Beziehung, die euch beide erfüllt, dich und deinen Partner, dann wirst du sehen, dass ihr gesünder seid, dass ihr seid in der Lage, etwas für euch zu tun. Und das ist wichtig. Wenn wir jetzt nochmal über die Hintergründe sprechen, warum so etwas denn entsteht, kannst du dann bitte auch nochmal ein passendes Beispiel aus unserer Praxis bringen, also von einer Klientin, die wir begleitet haben? Sehr, sehr gerne. Lass mich die Geschichte von oder das Leben von der Christina schildern. Christina lebt mit ihrem Mann zusammen. Und Christina ist ein Mensch, ein sehr, sehr netter Mensch. Sie kümmert sich um sehr, sehr viele Dinge. Sie kümmert sich um den Haushalt, um die Familie, letztendlich aber auch um die Kinder, um alle Belange, die da rumkommen. Und sie hat manchmal Angst. Es gibt diese Momente, in denen sie sich Gedanken macht, wie geht es mit uns weiter. Schau dir an, was gerade gesellschaftlich passiert. Sie macht sich Sorgen. Wie geht es uns? Werden wir gesund sein? Werden wir in der Lage sein, unsere Kinder großzuziehen? Werden wir das alles hier halten können? Müssen wir vielleicht irgendwann Abstriche machen? Oh, ja, das ist also das, was sie absolut beschäftigt. Die Fragen um die Familie herum, ja, immer gepaart mit dem, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Welche Optionen stehen da, die uns selber in unserer Entfaltung, in unserer Beziehung einfach auch treffen können? Also sie entwickelt bestimmte Ängste. Ängste um die Zukunft, um die Existenz, um die Kinder, um die Beziehung. Und du merkst schon, Angst ist nie ein guter Begleiter. Weil dann sind wir nicht mehr in der Lage, in Lösungen zu denken, nach vorne zu schauen. Was passiert zusätzlich? Lass uns mal diese drei Punkte betrachten. Das eine Thema ist die Angst. Sie hat das Gefühl, sie möchte gerne die Dinge und die Welt, um sich herum zu kontrollieren. Und wenn sie das nicht richtig kann, dann kommt eben halt diese Verunsicherung dazu, die sich in Form von diesen Sorgen wieder äußert. Aber das macht Stress und das zieht sie runter. Gleichzeitig möchte sie es aber allen recht machen. Sie möchte, dass es den Kindern gut geht, dass der Haushalt gut gepflegt ist. Das heißt, sie übernimmt immer mehr Aufgaben. Mach es allen recht, streng dich an. Das sind die Sätze, die sich immer wieder sagt. Kümmer dich um alles. Und da werden halt Sachen übernommen, die vielleicht manchmal gar nicht ihre Aufgabe sind, aber sie macht es halt einfach. Sie kommt in eine sogenannte Überforderung. Das habt ihr schon mal gehört, Mental Loading. Eine mentale Überlastung trifft in weit über 80 Prozent Frauen. Und der dritte wichtige Aspekt ist, schau mal, wenn du dich da reinfühlen kannst bei Christina. Und sie ist, na klar, sie kümmert sich um alles. Sie ist diejenige, die alle Fäden in der Hand hat. Und gleichzeitig versucht sie, die Dinge zu kontrollieren, schafft es nicht ganz. Kommt so in diese Sorgen. Ich will nicht immer das Wort Angst nehmen, dass man so groß ist, aber irgendwie sind da schon Ängste und Sorgen dahinter. Dann spürt sie aber auch, dass sie etwas anderes von ihrem Erleben erwartet hat, als das, was sie gerade spürt und was sie immer gibt. Sie hat vielleicht auch eigene Träume gehabt. Wie wollte sie sich verwirklichen? Sie hatte auch das Thema, ich treffe mich seltener mit meinen Freunden, wenn immer mit den Kindern zusammen. Das heißt, sie hat immer mehr gespürt, dass sie eigentlich ihre eigenen Interessen hinten angestellt hat. Das waren drei wichtige Themen, die dazu geführt haben, dass sie diese Unzufriedenheit, diese innere Unzufriedenheit, die daraus resultierte, in die Beziehung getragen hat. Auch wenn sie das gar nicht wollte. Und diese Unzufriedenheit hat sich sozusagen wie so ein Schatten, wie so ein Nebel, wie so ein Sprühnebel. Weißt du, du kennst das, wenn du morgens im Herbst so aufstehst und guckst raus und dann hast du auf den Blättern diesen ganz leichten Wasserfilm. Und so hat sich die Unzufriedenheit resultierend aus diesen drei Faktoren, nämlich die Sorgen, die Überforderung und die Unzufriedenheit, auf die Beziehung gelegt. Also jetzt, wo du die drei Punkte genannt hast, also die Ängste, die Überforderung, die Unzufriedenheit, ist es für unsere Hörerin vermutlich auch verständlich, wieso das Feuer in der Beziehung erloschen ist. Kannst du jetzt bitte auch nochmal erzählen, was du mit der Christina genau gemacht hast, damit das Feuer in der Beziehung wiedergekommen ist? Ich habe die Christina begleitet, begleitet auf ihrem Weg genau wieder zurück zu sich und zu ihrer, ich sag mal, mentalen Stärke. Das klingt irgendwie so banal, aber worum ging es in den ersten Schritt? Wir mussten aber mal gucken, weißt du, die Sorgen, die Ängste, die man sich so macht. Es gibt Dinge, die können wir gerade nicht verändern. Wir können die politische Situation im Land gerade nicht verändern. Wir können vielleicht auch an den Kostenentwicklungen nichts ändern. Manche Sachen müssen wir akzeptieren. Und es ist gut, wenn wir sie akzeptieren, weil wir dann auch in der Lage sind, Lösungen zu finden. Und das war eines der wichtigsten Themen grundsätzlich erstmal, in die Akzeptanz zu kommen, um gemeinsam in der Beziehung mal über diese Themen, diese Herausforderungen, vielleicht auch die Sorgen sprechen zu können, um gemeinsam nach Lösungen zu schauen. Weißt du, was der Christina passiert ist, was ihr größtes Thema war, sie hat versucht, viele Sachen mit sich selber auszumachen. Sie hat versucht, selber damit klarzukommen. Und hin und wieder ist es ihr gelungen, natürlich auf ihren Mann zuzugehen. Allerdings waren das oft Momente, in denen er selber gerade nicht offen war dafür. Und daraus ist Streit entstanden. Und das war eines der wichtigsten Punkte, sich zu öffnen, sich zu trauen, sich zu erlauben, auch eine Schwäche haben zu dürfen. Weil viele Menschen, auch Christina hat das als Schwäche gesehen, dass sie sich Sorgen macht. Man darf auch gerne dazu stehen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Und das war ganz, ganz wichtig. Also die Sorgen runterfahren, ich sag mal, diese Kraft des Optimismus, der Zuversicht, aber auch die Lösungskompetenz in das Leben zu integrieren. Das war einer der erste Schritt. Und das kann jeder auch mal für sich selber, sich mal seiner Sorgen bewusst werden und mal sich selber fragen, ist das in zwei Jahren für mich noch relevant? Wird in zwei Jahren dieses Thema noch wichtig sein für mich? Inwiefern, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn du dir das Schlimmste vorstellst, wirst du merken, das ist so weit weg das Schlimmste. Dass die Sorge oder das Thema, das Sorgen verursacht, auch an Kraft, an Intensität, an Energie verliert. Also Angst ist ja schon ein sehr tiefgreifendes Thema und jeder, der in so einer Angst gefangen ist, der kann das auch nachvollziehen, wie schwer es ist, aus so einer Angst wieder herauszukommen und wie sehr einen so eine Situation nach unten zieht. Also solltest du, liebe Hörerin, dich hier in dem, was der Ralf gerade erzählt hat, wiedererkennen, dann nutzt du einfach mal die Chance. Klick in die Shownotes, vereinbar dir ein gratis Erstgespräch und dann lass uns mal gemeinsam auf die Situation schauen, ob es wirklich so eine Situation bei dir ist und wie wir dich dabei unterstützen können, dass du aus dieser Situation wieder herauskommst. Ralf, das war jetzt gerade der erste Schritt. Was ist denn der zweite Schritt, um neues Feuer zu entfachen? Bei Christina war es so, Christina hat alles angenommen. Ja, sie hatte diesen Wunsch, es allen recht zu machen, sich immer permanent anzustrengen. Das ist wie so ein, kennst du, so innere Antreiber, die du manchmal hast, wo du selber auch spürst, boah, ich muss das machen. Wenn ich das nicht mache, macht das kein anderer. Ja, ich weiß, die Aufgabe ist eigentlich nicht meine, aber ich sehe, mein Mann, der macht das nicht. Dann mache ich das eben. Und das ist der Christina passiert. Und eins war wichtig für sie, Aufgaben auch wirklich verbindlich zu teilen, abzugeben, besprochene Dinge auch in die Tat umzusetzen und nicht immer wieder die Dinge wieder selber zurückzuholen, weißt du? Und das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung auch für sie. Sie hat sich mit ihrem Mann zusammengesetzt. Sie haben gemeinsam bestimmte Aufgaben auch verbindlich verteilt. Und sie hat zugelassen, das war ein großer Schritt für sie, sie hat zugelassen, dass die Aufgaben A so gemacht werden, wie er es tut und B zu seinem Zeitpunkt. Sie hat also losgelassen, sie hat die Aufgaben abgegeben und hat losgelassen. Damit hat sie Raum für sich gewonnen. Und sie hat, ich sage mal, Dinge, die sie sonst immer im Kopf hatte, konnte sie einfach loslassen. Sie konnte sie aus dem Kopf streichen und damit hat sie Platz für andere Aktivitäten, für andere Dinge geschaffen. Und das war echt großartig zu beobachten, wie diese Erleichterung in diese Beziehung kam. Also, ich kann das nicht beschreiben, aber das war wie so ein Knistern. Auf einmal ist die Anspannung weg und wenn die Anspannung weg ist, dann sind wir in der Lage, Freude zu haben. Und das ist der Christina passiert und sie hat Freude in die Beziehung gebracht, weil sie entspannter war. Und er hat gemerkt, Menschenskinder, meine Frau ist entspannter und war glücklich, dass er endlich die richtigen Dinge macht. Ja, das ist doch schon mal eine super Nachricht, also auch für alle Männer. Also für alle Männer, die diesen Podcast oder diese Podcast-Folge ja auch hören. Es ist natürlich auch schön zu hören, wie das ist, wenn man wieder mehr Vertrauen bekommt und dann auch wieder weiß, was man in der Beziehung tun kann, um zurück ins Beziehungsglück zu finden. Ralf, das waren jetzt die ersten beiden Schritte. Was ist denn jetzt der dritte Schritt, um neues Feuer in der Beziehung zu entfachen? Ja, der dritte Schritt, das war natürlich, sie hat ihre eigene Zufriedenheit A schon erstmal dadurch erreicht, dass sie weniger Sorgen hatte. Sie hat Aufgaben abgegeben, verbindlich und damit Freiraum geschaffen. Und diesen Freiraum hat sie in Absprache natürlich auch mit ihrem Mann für sich selber nutzen können. Und das ist genau der dritte wichtige Punkt. Sie hat sich mal wieder mit ihren eigenen Interessen auseinandergesetzt. Sie hat Raum gehabt, sich mit Freunden treffen zu können. Aber sie hat auch ihr eigenes Fitnessprogramm für sich selber umgesetzt. Sie hat angefangen, Instrument zu spielen. Das fand ich total faszinierend. Sie hat sich angefangen, hat sich Musiklehre gesucht und hat Gitarre angefangen zu spielen. Ich habe das nie kapiert, mir war das zu kompliziert, aber ich fand das total großartig. Und weißt du was, das muss ich nochmal ganz kurz erwähnen hier, das ist so spannend gewesen. Und ihr Mann hat später zu ihr gesagt, weißt du, Christina, und seitdem wir miteinander über solche Sachen reden, weiß ich endlich, was dich glücklich macht. Und ich habe da Gänsehaut gekriegt, als sie das berichtet hat. Weißt du warum? Weil wir Männer, jeder Mann, der jetzt hier zuhört, achte mal auf dich selber, jeder Mann hat doch diesen Wunsch, seine Frau glücklich zu machen. Und wenn sie nicht mit dir redet, wenn du nicht weißt, was sie glücklich macht, dann machst du Dinge, von denen du annimmst, das ist das Richtige. Schau mal, wenn du nicht weißt, dass sie dir eigentlich sagen möchte, Mensch, ich brauche mal, dass du mich in den Arm nimmst, weil ich mache mir so viele Sorgen um die Kinder, um alles, dann kannst du nicht die richtigen Dinge tun. Wenn du nicht weißt, dass sie in eine Überforderung läuft, kannst du nicht die richtigen Dinge tun. Weißt du, dann kommen wir nicht mit dem Blumenstrauß nach Hause und sagen Danke. Dann kommen wir nicht und sagen, weißt du was, ich passe heute mal auf die Kinder auf. Weißt du, ich würde mich so freuen, wenn du, mach doch mal was mit deinen Freunden, ich freue mich drüber, wenn du auch mal was für dich tust. Ich habe hier einen Gutschein für die Therme, was auch immer. Stattdessen, was machen wir, fahren ihr Auto durch die Waschanlage, graben im Garten das Beet um, während sie sich drin wünscht, Mensch, er hätte auch heute mal Zeit mit den Kindern verbringen können. Und genau das ist passiert. Endlich wusste er, was macht meine Frau glücklich, was kann ich dazu beitragen. Und er hat mir die falschen Dinge getan. Und damit war sie natürlich auch froh. Er war froh, er konnte ihren Gefallen tun, er konnte sie endlich glücklich machen. Sie war froh, weil er sie unterstützt hat und weil sie, und das ist das Spannendste, weil sie jetzt ein Team waren. Sie waren jetzt wieder ein Team. Und wenn du das Gleiche erreichen möchtest, wenn du auch dieses Gefühl der Zugehörigkeit haben willst, wenn du die Anziehungskraft, die Begeisterung in deine Beziehung zurückbringen willst, dann meldest du dich bei uns, guckst in die Shownotes, vereinbarst dein kostenloses Erstgespräch mit uns und wir zeigen dir, wie du das mit uns gemeinsam erreichst. Denn wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de